Hallo? Können Sie mich hören? Das ist gut so, denn Sie sind jetzt bei Hören bewegt. Das ist eine sehr spannende Sendung, es ist ein Podcast. Mein Name ist Rüdiger Rolf. Ich kann Sie nicht hören, weil ich bin eine Puppe. Würde mich wundern, wenn ich hören könnte. Ich kann auch nichts sehen, weil das sind zwei Pingpongbälle. Wohingegen die Dame dort, die kann sehen, hören und ist wunderschön. Das ist die Frau Carola Gausterer. Grüß Sie. Hallo, herzlich willkommen bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Premiere heute bei uns. Wir hatten noch nie zwei Gäste, wo sage ich, zweieinhalb Gäste eigentlich. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Es ist ein riesen Griss um die zwei. Sie kriegen ganz viele Einladungen für Fernsehsendungen, Radioshows, Podcasts. Aber Sie sind da ein bisschen sehr selektiv, möchte ich sagen. Und deshalb freut es mich doppelt, dass ihr heute da seid, alle zweieinhalb. Stefan Gaugusch und Robert Steiner und die fregste Ratte im URF, Rolf Rüdiger. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. 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 Danke für das Intro, Rolf Rüdiger. Bin ja sehr. Ihr habt schon gehört, es sind Hörgespräche, es geht ums Hören. Ihr seid seit sehr vielen Jahren im TV, im Radio, ihr macht Podcasts, macht sehr viele Bühnenshows. Wie könnte das Leben ohne Hören für euch sein? Das würde ja gar nicht funktionieren. Nein, eigentlich gar nicht. Ihr lebt es ja vom Hören, oder? Absolut. Es ist im Moment wahrscheinlich schon unser Hauptjob, weil wir einfach täglich im Radio sind. Und Radio ist ein faszinierendes Medium. Ich glaube, es ist das weitaus schnellste Medium, das es überhaupt gibt. Finde ich. Man sagt was und es ist sofort draußen. Und eine große, große Hörerschaft reagiert drauf oder weiß Bescheid. Und das macht es spannend, dieses Medium. Und für dich? Und für die Rate? Ist es vom Vorteil, wenn man hören kann, weil wenn man nicht hören kann, macht Radio wenig Sinn. Jetzt ist aber der Rolf Rüdiger oft so, dass er nicht versteht, was der Robert sagt. Wie? Ist er wirklich schwerhörig? Nein, nicht nur die Figur, ich auch. Ich höre auf einer Seite weniger, aber das ist vom Vorteil oft auch. Warum hörst du weniger? Was ist da passiert? Bei mir war es so, dass es als Jugendlicher Silvesterknallerei war es. Ein Kollege von mir hat einen Schweizer Kraucher in die Höhe geschmissen. Wir sind beide weggelaufen und genau beim Ohr ist er bei mir wieder runtergekommen. Dann hat er es bumm gemacht und weg war das Trommelfell. Wirklich? Ja. Das hat aber einen riesen Vorteil, weil das in dem Auto wie ich damals war, hatte ich kurz einen Nachstellungseilladung. Warst du bei der Stellungskommission? Und nachdem ich aber den Feind nicht gehört habe, wenn er von links kommt, musste ich auch nicht zum Hör. Das heißt, du warst untauglich? Wie? Du warst untauglich? Ja. Und das werden wir heute auch fern. Ja, das wird lustig wie, weil bei mir fehlen einige Prozente an Hörleistung auf der linken Seite, es geht aber auch mit wenig. Ganz gleich. Hast du schon mal überlegt, Cochleamplatat einsetzen zu lassen oder hast du Hörapparate schon gehabt? Erzähl mal, was hast du denn da schon alles ausprobiert? Ich habe tatsächlich schon einmal eine Hörhilfe ausprobiert gehabt, das war aber bei mir nicht der gewünschte Erfolg möglicherweise, aber ich habe es auch zu wenig lang ausprobiert gehabt. Es war schon bemerkenswert, was diese kleinen Mikrodinger, computertechnisch da schon alles können und was man alles einstellen kann. Und es war faszinierend, wie ich dann erstmals quasi von dem Hörstudio auf die Straße gegangen bin, was man dann auf einmal wieder alles gehört hat. Darf ich da was dazu erzählen? Weil in der Zeit war er wirklich ständig gereizt. Das war sehr spannend, weil er hat dauernd gesagt, da ist ein Lärm, da ist ein Lärm, gehen wir woanders hin, da ist wieder ein Lärm. Das war wirklich anstrengend, wenn er das Hörimplantat oder Hörgerät drin hatte. Ja. Du hast es dann oft rausgenommen. Nein, ich war nicht glücklich mit dem Ding, weil es hat einfach, obwohl es so eingestellt war, primär alles verstärkt, was ich nicht hätte. Toll. Okay. Das war dann anstrengend. Also im Theater zum Beispiel war das Gemurmel vom Publikum vorher extrem laut, ja und das, was sie auf der Bühne geredet haben, habe ich so auch verstanden. Ich glaube es ist einfach auch eine Unschädigung, oder? Wenn du so lange... Na wie lange war es, von welchem Zeitraum reden wir da? Das ausprobieren von dem Ding? Ich weiß nicht, so zwei Monate habe ich das ausprobiert gehabt. Ja eh, aber wie lange hattest du kein Hörgerät? Ja. Achso, naja, seit... 17 bis? Seit 17 bis jetzt. Achso, das war erst jetzt? Ja. Na, naja, wie war es? Das Hörgerät. Vor ein paar Jahren, oder? Ja, was? Ja. Kann sein. Also du hattest Jahrzehnte keins? Ja. Dann hattest du plötzlich eins und dann hatte ich jetzt und die nächsten Jahrzehnte habe ich auch wieder keins. Muss aber dazu sagen, ich wusste nicht von dem Cochlea-Dingsbogen so. Cochlea-Implantat, das CI. Ja. Gut, das ist aber dann fix. Du lässt das setzen und dann kriegst du da so einen Audio-Prozessor und dann ist das fix für dich da. Wenn du deine Ruhezeit brauchst, minst du das einfach runter. Ah ok. Und dann hörst auf dem Ohr halt nichts. Ich werde es im Alter probieren. Wobei, das hätten wir ja schon. Das Ding ist halt, es hat sich halt sehr viel getan auf dem Gebiet. Das heißt, das ist jetzt doch ein paar Jahre her, oder? Ja. Also zwei mindestens, glaube ich. Zwei oder drei Jahre sogar schon. Interessant, für uns ist ja, im Radio ist es ja kein Problem, da versteht er mich ja tatsächlich gut, weil wir Kopfhörer aufhaben und ich schaue mir immer zu, er dreht sehr auf. Also das machen ja viele Kollegen. Ich mache das auch. Ich drehe auch sehr laut, muss ich sagen. Ja eben. Und daher hören wir ja im Studio alles sehr, sehr gut. Aber wir machen ja auch die Kindersendung, warum wissen oder was. Und da habe ich sehr viele Feedbacks, dass Personen die die Sendung gerne hören. Wir erzählen, bitte, bitte wiederholt immer die Fragen von den Kindern, weil wir verstehen die Kinder nicht so gut. Und deswegen ist es gut, wenn ich sie nochmal wiederhole, damit alle wirklich mitkommen können. Ja. Es geht auch bei euch viel ums Zuhören. Du spielst zum Beispiel mit dem Kasperl in der Josefstadt, also bist auf Tour auch, Schlosshof und überall. Es geht auch ums Zuhören. Die Kinder müssen ja auch zuhören können. Wie hat sich denn das entwickelt die letzten Jahre? Du bist schon so lange im Geschäft. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen geringer geworden ist. Bei Kindern. Also man muss irgendwie mit Inhalten daherkommen. Also dass man jetzt erwartet, dass Kinder da sitzen und irgendwie andächtig eine Dreiviertelstunde zuhören, weil irgendwer irgendwas sagt, ist nicht. Also es muss was können. Wenn die Geschichte nicht spannend ist oder was immer man macht, dann ist nichts mit zuhören. Dann sind sie relativ schnell wieder weg. Dein Publikum, weil du machst auch sehr viel auf der Bühne. Ja, oder auch im Fernsehen oder jetzt halt online. Und das Spannende ist, auch im OS sind wir zurückgegangen von den Formaten. Das heißt, es gibt kaum mehr 20, 25 Minuten Formate, sondern eher 10 oder 15 Minuten Formate. Noch kürzer. Ja, noch kürzer. Aber das ist dem geschuldet, dass durch Social Media. TikTok hat eine irrsinnig kurze Dauer und Instagram auch und daher sind sie es so gewohnt und haben halt nicht mehr die Aufmerksamkeit wirklich. Also außer es ist wirklich so eine schöne Geschichte wie beim Kasperl. Ich glaube, da können sie schon noch dranbleiben, aber wenn es jetzt um Wissensdinge geht oder so, müssen wir immer kürzer werden, um sozusagen nicht diesen Abschaltimpuls auszulösen. Muss man nicht. Man könnte auch dagegen arbeiten. Es kommt auf die Geschichten an. Also ich denke mir zum Beispiel, dass das Medium jetzt Kino, ja, ist man gezwungen, dass man sich auf eine Geschichte einlässt, wo in den ersten 20 Minuten einmal die Charaktere vorgestellt werden, der Plot aufbaut wird. Und in den ersten 20 Minuten ist normalerweise alles schon wieder vorbei. Und dadurch, dass es Alternative gibt, dass es dunkel ist, dass die Konzentration auf etwas ist. Aber du hast es jetzt gerade selbst gesagt, der große Unterschied ist im Kino, gehe ich in einen dunklen Saal, muss das Handy abdrehen, also da gibt es Spielregeln. Das hast du weder vor dem Computer noch vor dem, die Kinder machen gleichzeitig kein Handy. Du bist nicht abgelenkt im Kino. Aber wollen wir mal über euch auch ein bisschen reden? Ich habe ja schon vorher gesagt, ihr geht es nicht so gerne in Interviews. Aber heute habt ihr euch entschlossen zu kommen. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen was erfahren von euch. Also, ein bisschen durchgemessen eure Vita. Du hast angefangen als Zauberer, das wusste ich zum Beispiel nicht. Eigentlich wir beide, lustigerweise. Aber unabhängig. Unabhängig. Aber ihr seid jetzt beide aus Oberösterreich interessant. Ja. Auch lustig. Man merkt schon die Parallel. Moderator Radio Fernsehen ist eh klar. Du bist jetzt auch Podcaster. Deine Podcast-Sammelbegriff ist, jetzt gibt es was auf die Ohren. Also auch unser Thema. Ja. Hör mal bei Robert rein. Planet Lollipops Podcast. Habe ich mir jetzt letztens angehört. Taekwondo war Thema, Feuerwehr, Tierärzte. Suchst du mit Kindern Themen aus? Genau. Suchst dann Experten dazu? Genau. Und den löchern wir dann so richtig. Genau. Und dem tragen wir Löcher in den Bauch. Und das ist der eine Podcast, den ich mache, wo ich aber denke, er geht auf YouTube. fast besser als nur die Hörvariante, weil man dann auch immer wissen will, wie schaut Experte aus oder wie schauen die Kinder aus, die die Fragen stellen. Das sind sehr unterschiedliche Kinder. Die andere Geschichte, die ich mache, ist für das Land Niederösterreich, einen Kinderkultur-Podcast, wo wir wirklich in die Regionen reisen und uns sozusagen Dinge anschauen. Und den gibt es wirklich nur zum Hören und den Eltern eigentlich mit den Kindern beschreiben, was kann man zum Beispiel in Schlosshof erleben oder auf der Schallerburg oder so. Also das ist auch ganz spannend. Stefan, du bist Puppenspieler und Puppenbauer. Was viele nicht wissen, du lässt dir den Charakter einfallen. Und das ist nicht der erste, der Rolf Rüdiger, sondern du hast dir den Quaxi einfallen lassen. Wenn man sich noch an diesen Frosch erinnert, den Wetterfrosch. Dann der Konfetti. Der war 1994. Stimmt das, dass wir heuer 30-jähriges Jubiläum von Rolf Rüdiger feiern? Ja. Ja? Ja. Feiern wir das eigentlich? Feiern wir das eigentlich? Wisst ihr das eigentlich? Habt ihr das? Wir feiern 100 Jahre Radio. Ja, das feiern wir alle gemeinsam. Wir haben 20 Jahre im Dezember, wow, wissen oder was? Und fünf Jahre extra wow, die zwei und zwei. Die zwei und zwei. Und 30 Jahre Pirate. Also das wird ein Feierjahr. Ja. Wir sollten eigentlich sofort anfangen. Prost. Stoßen wir auch mit Wasser. Also du hast angefangen als Bubenbauer, du hast dich schon während der Schulzeit, korrigiere mich, wenn das falsch ist, bei Hans und Marianne Kraus bei der Orania beworben. Ja. Wie kam es dazu? Ich war als Kind fasziniert von genau dieser Kaspar-Bühne wie so viele andere auch. Also das war die, wo der Professor Kraus eben typisch für seine sonore Stimme, Großvater Betz, Dagobert, denen die Stimme gelingen hat und seine Frau, Marianne Kraus, die hat den Betzebär gesprochen gehabt. Ja und ich bin dann von Linz dann und wann tageweise nach Linz Urlaub gefahren. Nach Wien. Hm? Nach Wien. Ja. Ja so. Du hast Linz gesagt damals. Aber ich hab Wien gemeint. Wiener nachher. Das ist Wiener nachher. Ah. Und hab mich dann dort beim Uraniepuppentheater, ich weiß nicht, da war ich 16, 17 irgendwie vorgestellt, beim Portier, da hab ich meine Nummer hinterlassen, weil ich dort irgendwie immer gedacht hab, da kann man irgendwie in der Ferienzeit Ferialjobs machen oder so. Und irgendwann hat der Professor Kraus dann bei meiner Mutter in Linz zurückgerufen und hat ihm halt erklärt, dass ich mich dort beworben hätte und meine Mutter ist aus allen Wolken gefallen und da hat er ihm gesagt, also der macht gar nichts, der macht die Schule fertig und dann der war. Und damit hatte ich von da weg dann ein Ziel. Also das war der Diler, den wir hatten, also Madura und danach war ich dann noch in den Führerschein gemacht und schwupp war ich schon im Keller von der Uranie und hab dort den Schwanz vom Dagobert spielen dürfen. Cool. Das war die erste Rolle. Bravo. Wow. Ja. Großer. Musst ja auch quer machen. Aber ich hab auch Müllers Burschen und Prinzen gegeben und Hasen und was weiß ich was. In erster Linie waren wir Bühnenarbeiter. Sehr gut. Aber du hast schon bei der Jungschar-Gruppe mit Puppen experimentiert, oder? Ja, das waren so die ersten Steps, also mit Schulkollegen, wo wir Gaspartheater gemacht haben, so mit ganz jungen Jahren schon. Aber so früh hat das bekommen, dass du gewusst hast, was du machst? Naja, nicht gewusst, dass ich davon einmal leben werde, hab ich nicht gewusst. Aber es hat mich damals schon fasziniert gehabt. Was ist diese Faszination? Puppen, ein Leben einzuhören, Stimme zu schenken? Was ist das? Was ich wirklich daran schätze ist, dass es ein Sammelsurium von den unterschiedlichsten, sehr kreativen Bereichen ist. Also vom Puppenbau angefangen, Dekorationsbau, die Geschichten entwickeln, schreiben, spielen, ein bisschen Regie machen, Kostüme anfertigen. Also ich hab von allem ein bisschen Ahnung. Es gibt in jedem Bereich bessere, glaube ich. Und ich mag es aber gern, weil wenn ich irgendwas eine Zeit lang mache, freut es mich nicht mehr, dann mag ich das nächste wieder machen. Okay. Hat die Mama dich unterstützt? Ja, insofern als meine Mutter gelernte Schneiderin ist. Ah, praktisch. Und ich hab als Kind auf die Finger geschaut und hab sie auch genervt, während sie da irgendwie ihre Sagen gemacht gehabt hat. Und die hat mir dann aber auch die ersten Steps beigebracht, wie man näht, wie man einen Schnitt macht. Und sie hat auch die ersten Figuren eingekleidet gehabt, das waren Kämpfe. Weil sie hat es halt irgendwie gemacht und ich war damals aber schon recht bingelig und wollte, dass die Knöpfe dort sitzen, wo ich das wollte. Und meine Mutter hat gesagt, komm, sie gierst du mir denn? Das sieht man ja in der dritten Reihe schon immer. Und ich hab gesagt, warte nur, das wird einmal im Fernsehen sein oder sieht man das ganz genau. Und mit 21 hatte ich tatsächlich dann meine erste Fernsehsendung und man sah sehr genau, wo die Knöpfe saßen. Das heißt, die Mama ist nicht aus allen Folgen gefallen, weil sie gewusst hat, du wirst in diese Richtung irgendwann einmal gehen, oder? Meine Mutter konnte, glaube ich, nicht viel mehr erschüttern. Also ich glaube, wir haben beide irgendwie sehr besondere Kindheiten, Jugendzeiten gehabt, wo man nicht unbedingt das gemacht hat, was andere machen. Du hast im zweiten Bezirk so eine Werkstatt, die du auch kennst. Natürlich. Manchmal macht sie eine Sendung von dort auch. Was ist dort? Stell dir mal vor, wie schaut das dort aus? Da ist eine Nähmaschine? Naja, das ist eine Werkstätte, was ich dort liebe, ist relativ groß und das sind zwei Ebenen. Das heißt, es gibt eine Werkstatt fürs Grobe. Was zum Beispiel? Ja, Schnitzen und mit Holzbearbeitungsmaschinen, also wo man richtig herumsaugen kann. Darüber ist eine Werkstätte für die Näharbeiten und man kann immer alles stehen lassen. Man muss nicht immer wegräumen. Das ist praktisch. Das taugt mir total. Dann gibt es einen Bereich, das ist Büro. Das müsste auch noch gemanagt werden nebenbei. Und ja, so gibt es für jeden Bereich ein eigenes Setting. Und diesen Rolf Rüdiger, war das ein Auftrag oder hast du dir den einfallen lassen? Und wie seid ihr dann zusammengekommen? Der Rolf Rüdiger ist witzigerweise passiert. Das ist der Konfetti auch passiert. Was war zuerst der Quark gewesen? Zuerst war der Konfetti. Also das war zu einer Zeit, irgendwie... Anfang 90? Anfang 90, wo der Wunsch war, von Seiten ORF, es gehört neues Kinderprogramm, es gehört alles frischer. Also es war alles nach dieser Zeit, Andamtes, also das, was viele von uns lange Zeit selbst als Kind konsumiert haben. Genießen. Genießen. Ja, es war halt schon recht langsam, es war ein bissel wie ewige Zeiten. Ja, ja. Das war sehr psychologisch... Ich finde, da gab es auch noch Pädagogen im Kinderprogramm. Ja, die das alles irgendwie begleitet haben. Ehemalige Lehrerinnen. Auch. Und dann kam irgendwie in den ganzen Laden ein bissel frischer Wind hinein. Also man hat jüngere Leute da auch engagiert irgendwie und irgendwie sowohl, ich glaube der Robert auch, bei mir war es immer so, dass es zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Das ist recht... Und dort habt ihr euch dann getroffen. Ja, das war eine lustige Geschichte und zwar... Die würde ich gerne hören, weil die kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Der Konfetti, also das war wirklich ein Aufbruch im OF, die Konfetti TV Beginnzeiten, weil da wollte man einfach frech und jünger und live und Action haben. Und es gab ein Casting, wo alle Moderatoren angetanzt sind, die sozusagen irgendwie Interesse hatten im Kinderprogramm etwas zu machen und auch größeres. Ich war damals bei Ö3 und habe mich mit dem Robert Kradtke unterhalten. Wir haben damals so ein kleines Projekt gemeinsam gehabt, Robert und Robert. Und dann sind wir beide zu dem Casting gegangen und da gab es einen Brunnen, wo du und die Britta, ihr habt Konfetti und Rolf Rüdiger gespielt. Ja genau, wir haben zu zweit die Figur gemacht, meine Kollegin ausgesprochen. Genau, und die beiden saßen im Brunnen und haben über alle hergequetzt ohne Ende. Jeder, der gekommen ist, wurde zerlegt als Moderator. Das war jetzt nicht bösartig, sondern wir hatten nichts Böses im Sinn. Wir haben aber nicht berücksichtigt, dass das schon Stress für alle Beteiligten natürlich war, weil eine Castingsituation ist was Stressiges. Für uns war es halt nach dem ersten Tag nicht mehr stressig, weil es Routine war. Es waren immer die gleichen Texte und es sind halt unterschiedliche Moderatoren daher marschiert. Und nach dem fünften ist es uns schon auf die Nerven gegangen und dementsprechend sind wir halt relativ respektlos mit den Ehrschaften auch umgegangen. Kann ich mir gut vorstellen. Und wie hast du reagiert? Nein, ich habe versucht mein Bestes zu geben. Warst du denn nicht der, der sich zum Schluss in den Brunnen reingeketscht hat? Genau. Ich habe mich so bemüht und habe gemerkt, die sind so gegen mich vorgegangen und da habe ich mich draufgesetzt auf den Brunnen, damit die nicht mehr rauskommen können. Und ich glaube, das hat einmal bis heute nicht verziehen. So, das war das erste Mal, wo ihr euch so richtig... Ja, und das zweite Mal hatten wir dann wirklich zusammengearbeitet, haben wir dann jeder sein eigenes Ding gehabt. Und wir haben dann sehr erfolgreich die Konfetti-Tour gemacht. Also es war eine Tour durch die Bundesländer über Jahre. Und das war noch zur Zeit, wo wir wirklich viele Kinder und Jugendliche fern gesehen haben. Und da waren Massen. Und das war echt ein Event. Und im Zuge dieser Tour ist der Robert, der, wie gesagt, damals bei Ö3 war, Kinderwecker, bei einer Veranstaltung gewesen und hat uns interviewt gehabt für Ö3. Und dieses Interview hatte zufolge, nachdem das, was wir gesagt haben, auch ausgespielt worden ist, dass der Robert dabei sein Job los war. So eine wahre Geschichte. Ja, ja. Die Frage war nämlich, wie uns Ö3 gefällt. Ja, wir wollten auch dieses Interview lustig machen. Und ich habe den Konfetti, ganz am Schluss noch gefragt, wie gefällt euch Ö3? Und die Konfetti hat gesagt, naja, eh ganz gut, nur die Musik kann ich nicht leiden. Und Rolf Rudiger hat darauf gesagt, mir gefällt der Rest nicht. Und das war ja prinzipiell sehr komisch, war nur damals zu einer Zeit, wo das Privatradio in den Startlöchern gesteckt ist und alle waren sehr nervös. Und das Interview ist so auf Sendung gegangen und einen Tag später war er sein Job los. Aber war das live? Nein, nein. Du hast es geschnitten und hast es drehen lassen? Ich habe es drehen lassen, CVT hat es abgenommen, trotzdem gab es 14 Tage später ein Gespräch, wo man mir nahegelegt hat, du mach lieber nur Kinderprogramm, weil über Ö3... Ja, genau. Und war es schlechter? Über Ö3 ablässert. Ja, Bogdan Rostczyk hat zu mir gesagt, willst du einer von 35 Ö3-Moderatoren werden oder einer von einer Handvoll Kinderprogramm-Stars? Das hat man so verkauft, so, ich will nicht loswerden und dann lag es natürlich auf der Hand. Aber, mich hat das schon auch gestört, dass es im Radio immer weniger für Kinder gab. Damals, ganz zu Beginn, wie ich begonnen habe, gab es ja auch auf Radio Wien, das Junior Radio Wien, jeden Abend und auf Ö1, Rudi, den Radio Hund und überall gab es Kinder-Sendungen. Und dann kam plötzlich dieses Sterben der Kinder-Radio-Sendungen. Weil das Format Radio kam. Genau. Das war das Problem eigentlich. Das war das Problem. 1.4.98 war das. Weil aber gleichzeitig, wie gesagt, Konfetti TV auch sehr dick und mit großem Budget irgendwie als Bognam da war. Ja. Und das hat mich dann schon ein bisschen geärgert und ich bin ja damals, also ein bisschen mit Zeitverzögerung bis später, zu Radio Wien gegangen und hab frech gesagt, aber wir können das besser. Und da man uns beim Fernsehen nicht zusammenarbeiten ließ, haben wir uns überlegt, wir versuchen das jetzt bei Radio Wien. Und daraus entstand, wow, es waren eigentlich vier Sendungen geplant an vier Advents-Sonntagen, damals noch unter Reinhard Skolig. Und Stefan Halspott war der Programmschef, der hat gesagt, ja, macht's einmal die vier Advents-Sonntage und wenn das gut geht, machen wir weiter, wenn das jetzt geht, geht wieder weg. Schauen wir mal. Genau. Und nach den vier Advents-Sonntagen hatten wir einen Jahresvertrag. Du hattest einen. Ich hatte einen. Ich hab bis heute keinen Vertrag. Das war dir sehr angenehm. Und jetzt sind es bald 20 Jahre. Man muss aber auch dazu sagen, das war ein sehr glücklicher Umstand, dass die Sendung am Sonntag in der Früh vor 20 Jahren, das war eine Umzeit, eine Radio-Umzeit. Wir reden hier von acht bis zehn, ne? Ja. Also das war eine Zeit, wo jedem alles wurscht, also von den Verantwortlichen, egal weil da eh keiner zugebracht hat. Prinzipiell ist die Morning Show wichtig, aber nicht am Sonntag. Aber nicht am Sonntag. Da schlafen alle und die paar, die noch, also mittlerweile arbeiten genug am Sonntag auch. Und damit hat man uns in Ruhe lassen. Also es war kein Redakteur da, der irgendwie gesagt hat, bitte das schon, bitte nicht. Und wir konnten eigentlich das Ding irgendwie nach Lust und Laune, das hat sich entwickeln können. Um die Entwicklung wollte ich nämlich auch noch reden. Wie hat sich denn der Rolf Rüdiger entwickelt? Ich glaube mittlerweile haben sie sich an diese Rolle. Ich finde es ja lustig, jetzt vor allem bei den zwei und zwei ist ja keine Kinder sein, aber Ich finde es ja lustig, jetzt vor allem bei den zwei und zwei ist ja keine Kinder sein. sondern ist ja eigentlich für die Erwachsenen. Muss man noch erklären, Montag bis Freitag auf Radio Wien, die zwei und zwei und am Sonntag ist dann die eigentliche Kindersendung, wow, von acht bis zehn. Ja. Und jetzt finde ich ist es so, dass er so der typische Minder ist, der Krantler, die Ratte, die durch die Gassen zieht und halt freche Sprüche. Ich finde schon. Aha. Dieses Krantlerische, wenn du in die BIM einsteigst und irgendwer sagt, da brauchen wir ihn nicht hinsetzen, so ist der Rolf Rüdiger. Na beim Wetter kommt es ein bisschen raus, dieses Miesepetrige. Genau. Oder beim Verkehr, wenn ich den Verkehrsservice vorlese. Sagt er immer super. Ja, der Verkehr ist super. Also ich glaube wesentlich ist das Dauer schon wieder. Der hat ja nichts Böses im Sinn, also der hat jetzt nicht vor den Herrn Steiner zu stören. Also nicht in erster Linie. Er tut es, aber die Absicht ist nicht da. Und das macht ihm auch sympathischer eigentlich, wie er helfen. Ich muss auch dazu sagen, du hast mir seit 20 Jahren nicht erklärt, wie man Radio baut. Ja, ich weiß auch nicht woran. Das hat man niemanden erklärt eigentlich. Aber wie hat er sich denn jetzt verändert? Hast du ihn eigentlich damals irgendwie, weiß nicht, skizziert, irgendwie gesagt, wie er sein soll? Hast du damals ein gewisses Bild von ihm gehabt, dort möchte ich hin oder hat sich das entwickelt? Also nachdem wir vorher, bevor wir mit Radio gestartet gehabt haben, 15 Jahre lang mit Wolf-Ultiger im Fernsehen geworden, hatte man schon ein Bild von der Figur. Also jeder wusste, wie er ausschaut und wie er ist. Ja, also er ist keine Eule, er ist nicht weiße, eine Ratte halt. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil auch gehabt, von der Figur her, dass er jetzt nicht die besten Manieren mitbringen musste, weil Ratte, ein Negativ besetzt eigentlich. So. Witzig war, dass das Format Radio eben eins für die Ohren ist, wo jetzt einmal kein Bild geliefert wird. Also ich glaube, er ist wahrscheinlich ein seltenes Exemplar von einer Figur in einem Medium, das man nicht sieht. Und das Interessante ist, da gibt es ja dieses tolle Zitat von unserem ehemaligen Unterhaltungschef Edgar Böhm, der sagt, ein Puppen im Radio, wer macht denn sowas? Ja, aber es ist luxuriös. Weit über die Grenzen hinaus. Nein, aber wenn ich dazu auch noch was sagen darf, was spannend war, war, es ist eine frohne Hinsendung, wo Kinder uns anrufen, eine Frage stellen und wir haben eine Musiknummer lang Zeit, die richtige Auflösung sozusagen zu suchen. Und das Tolle war, dass durch dieses Zwiegespräch von uns beiden, wir wirklich tolle Gespräche mit Kindern auf Augenhöhe hinbekommen und sich die Kinder wirklich so wertgeschätzt fühlen, dass sie freiwillig anrufen, in Massen. Also insofern ist es keine Kindersendung. Nein. Es ist eine Sendung mit Kindern. Genau. So wie es ist, bei dir hören sie gern aus wie Erwachsenen. Eigentlich ist es Family Entertainment. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, es ist auch eine Zeit, also das, was damals eigentlich eine Unzeit fürs Radio war, ist eine optimale, weil Sonntag in der Früh ja die Zeit ist, wo der einzige Tag ist in der Woche bei vielen, wo man gemeinsam frühstückt. Und wenn dann daneben dann noch ein bisschen das Geplapper und ein paar Witze fallen, dann ist es eine recht angenehme Situation möglicherweise. Ja. Und was die Entwicklung anbelangt, ich glaube, dass sich meine Stimme ein bisschen verändert hat. Weil ein Unterschied natürlich ist, ob ich mit der Figur arbeite und in irgendwelchen Verrenkungen unter einem Tisch in einer Dekoration sitzt. Und die Figur irgendwie, also da klingt die Figur, äh die Stimme anders. Und im Radio nehme ich es natürlich auch gar nicht mit, weil man es ja in der Sicht. In der Sicht. Ja. Ja. Und dann kam auch noch dazu jetzt seit drei Jahren, wo wir die Nachmittagsendung machen, eben wo wir uns primär an Erwachsene wenden, wo ich mir dachte, naja, wenn wir jetzt mit Erwachsenen Zuhörern telefonieren und ich mache auf Mickey Maus, ja, es ist irgendwie lächerlich. Ja. Und daher hat sich da, glaube ich, nur einmal die Stimme meiner eigenen ein bisschen angenähert. Mhm. Ja. Hm. Ja. Ähm. Optisch hat er sich nicht wirklich verändert. Finde ich. Aber er war sogar am Opernball, auch da trug er feinen Zwirn. Naja, muss man ja. Kostüme gibt es genug. Kostüme gibt es genug. Wie viel gibt es für den eigentlich? Ein Fundusvollkostümen. Also richtig viel. Wirklich? Ja, ja. Also zum Teil, weil wirklich Kostümbildnerinnen, die, weiß nicht, Soko Donau und Soko Kitzbühel ausstatten, auch den für einen Rolf-Rüdiger Gewänder gemacht haben. Und zum anderen, weil es in Amerika eine Firma gibt, die für Stofftiere… Ja, Build a Bear, oder? Ja, genau. Also Outfits… Da warst du jetzt, gell? Und wer immer in Amerika ist, nimmt immer irgendwas mit fürs Viech. Ich habe im letzten Jahr ein Harry Potter Outfit mitgebracht. Ja, das habe ich mitbekommen. Und bis auf die Ärmel passt das super. Ah, das ist genau die Größe quasi. Und da gibt es dann wirklich zu jedem Thema Kleider und und und. Aber es macht uns mittlerweile auch Spaß. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Live-Sendung aus Schloss Schönbrunn gehabt und dann haben wir ihn als Sissi und mich als Franzl verkleidet. Das gibt ja lustige Fotos. Der Franzl, der war auch irgendeine Hofdame, oder? Nein, das war ein Schlosshof. Ja. In Schlosshof war es umgekehrt, da war ich eine Hofdame und du eine Hofdame. Ah ok. Aber in Schönbrunn waren wir Sissi und Franzl. Ja, richtig. Warum war das lange so ein Geheimnis, wie du ausschaust, dass man weiß, Stefan Gaugusch ist die freche Ratte. Er hat sich, muss man dazu sagen, in Mülltonnen versteckt, hinter Bänken. Was habt ihr euch als einfallen lassen, wo du versteckt warst? Also zum einen ist mein Bedürfnis, also als Puppenspieler hat man das Bedürfnis sowieso jetzt nicht großartig die Bürde zu stürmen, sondern man ist es gewohnt und ich mag das auch sehr gern, dass man hinter einer Figur sich versteckt oder dahinter steht. Und im weitesten Sinne ist ja die Puppe das Instrument, mit der man arbeitet. Schön gesagt, ja wunderschön. Ja und dann haben wir das, ich weiß nicht, bei 15 Jahren Fernsehen so gemacht, dass wir kein Thema waren eigentlich, also es gab kaum Bilder. Nein, du hast dich auch dagegen gewehrt. Also lange Zeit hat er gesagt, mich bitte nicht fotografieren, ich will das nicht. Du wolltest das nicht. Genau ja. Und ich fand es auch schick, das hat sich dann so entwickelt, dass bei Live-Veranstaltungen nach der Show Leute hinter die Bühne irgendwie marschiert sind, dass sie sehen wollten, wer klettert da jetzt aus der Deko raus. Das wissen wollten wir ja schon. Die meisten glaubten, ich bin klein und dick. Nein, ich bin groß und dick. Das wäre jetzt spätestens der Moment, der sagt, naja, dick. Ich habe immer gedacht, ich lasse es stehen. Ja und dann natürlich mit Postings und Dings und Bungs und irgendwann haben wir dann gedacht, ja pfeift drauf. Sollen sie nur wissen, wer dahinter steckt. Ja, weil wir mussten sogar im Studio die Kameras wegdrehen. Wegdrehen, ja. Ist es leichter, weil du dich hinter der Puppe versteckst, frech zu sein? Ich meine, du bist so auch frech. Ja, aber der Rolf Rüdiger ist schon noch ein Scheiferl mehr. Ja, unbedingt ist es leichter. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man, wenn man sich in Fasching oder irgendwann einen Hut aufsetzt und irgendwann Nassen aufsetzt, lasst so manche irgendwie die Sau raus, was sie sonst nicht machen würde. Also es ist, und man muss auch dazu sagen, in der Figur kann man Sachen sagen, die würde ich dir als ich sagen, wahrscheinlich nicht sympathisch kämen. Ja. Also dafür mag ich die Puppe sehr gern. Eine interessante Geschichte für mich ist, ich habe viele, viele Dinge alleine moderiert oder auch Sendungen, Abendveranstaltungen oder so. Aber ich liebe es, mit Rolf Rüdiger zu moderieren, natürlich mit Stefan, weil ich bin nie nervös, wenn er dabei ist, weil... Du bist doch niemand dabei. Solltest du es. Weil ich einfach weiß, es wird immer lustig. Ja. Und das gibt eine Sicherheit, das ist unglaublich. Ich finde es lustig, er ist immer nervös vor besonderen Geschichten. Ich bin der volle Schisser. Er ist voll nervös und ich bin immer voll entspannt, wenn er dabei ist. Also alles bei Sachen, die neu sind oder in einem Bereich, wo ich noch keine Routine habe oder so, also die Anfänge von der Nachmittagsendung war eine Katastrophe. Da leide ich wie ein Tier. Aber hier bist du schon entspannt jetzt, oder? Ja. Heute schon. Aber wir haben zum Beispiel große Dinge gemacht, wie im Musikverein die Orgel eingeweiht, vor im Goldenen Saal, vor großem Publikum. Ja, aber da durfte man doch wohl aufgeregt sein, wenn wir das waren dann schon. Ja, aber da war es für mich auch so. Ich habe mich so drauf gefreut, weil ich wusste, er schiebt Sachen raus, wo die Kinder sich krumm lachen werden und da moderiert es sich leichter. Ja, da muss man jetzt aber schon auch sagen, das hat natürlich auch damit zu tun, dass glaube ich, wenn man jetzt sagt, da ist der Rolf Rüdiger dabei, ist eine Erwartungshaltung, das wird lustig. Bisschen Druck auch, oder? Diese Erwartungshaltung erzeugt schon Druck. Das glaube ich, ja. Weil, ich meine, es ist auch nicht selbstverständlich, dass man für Massen irgendwie moderiert, fehlerfrei oder keinen Blödsinn redet oder so, aber man muss jetzt nicht irgendwie lustig sein. Genau. Und nachdem wir jetzt nicht mit Autoren arbeiten oder irgendwie mit einem Text, wo man sagt, wenn ich ein Theaterstück habe oder Puppentheater fahre, da gibt es ein ziemlich genaues Script. Und das lernt man, das wird geprobt und das wird dann auch so gespielt. Natürlich mit Abweichungen, aber da weiß ich, wo es losgeht und wie es endet. Und das wissen wir oft nicht. Das ist ein bisschen wie ein Fußballspiel, man weiß es nicht, schießt man durch, schießt man kann es. Es gibt ja unterschiedliche Befindlichkeiten unsererseits auch, wobei da ein Riesenvorteil ist, wenn einer von uns zwar schwächelt und das kommt durchaus einmal vor, dass der andere dann immer mitnimmt er. Weil an einem Sonntag in der Früh um 8 ist schon manchmal auch wirklich zart. Und nach 20 Jahren bin ich noch immer nicht drauf gekommen, muss man früh schlafen, spät schlafen, nichts essen, schon essen oder gleich durchmachen. Gab es alles schon. Aber es ist wie Szenen einer Ehe, wenn man euch zwei sieht. Ja, es ist aber eine berufliche Ehe. Es fliegen aber auch oft die Fetzen. Also insofern passt das schon mit der Ehe. Genierst du dich manchmal für das, was er sagt oder denkst du, das ist eh alles cool? War es schon einmal eine brenzlige Situation, wo du sagst, jetzt sind wir echt zu weit gegangen? Nein, am Anfang war es so, ich musste das lernen. Auch, dass das in Wirklichkeit mir Sympathiepunkte bringt, wenn er sich über mich lustig macht und ich dann nicht aggressiv darauf reagiere, sondern gelassen damit umgehe. Das ist ein Learning. Und das habe ich natürlich in diesen vielen Jahren gelernt und daher gibt es das eigentlich nicht mehr. Also Genieren. Du weißt schon, wenn man sagt, jetzt sind wir ein bisschen zu weit. Aber es ist definitiv mein Job aufzupassen, wenn er wirklich, weil du weißt, Humor ist immer ein Grenzweg. Das heißt, es könnte auch mal kippen und dann versuche ich das aufzufangen. Also wenn es jetzt irgendeine Beleidigung in irgendeiner Zielgruppe gibt, muss ich halt aufpassen, dass ich sofort auffange und korrigiere. Oder wenn er Werbung rausschießt, dass ich gleich alle anderen nenne, damit es eben keine Werbung ist oder so. Solche Kleinigkeiten passieren, das ist aber der Job des Moderators. Also er muss schon auf Zack sein und immer da sein. Ich bemühe mich. Und gut zuhören, was er sagt und was er halt für Wuchteln rauslässt. Weil das lustig ist, weil wir dann doch vom Hören reden. Ja. Ich habe dann überlegt, inwiefern das bei unserer Arbeit durchaus ein Thema ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei der Sonntagssendung als auch bei der Radiosendung erwische ich mich immer schon dabei, wo ich quasi mit den Kopfhörern, wo man dort sitzt, das ist eine relativ intime Situation, weil es plappern wir zwar und ein Anrufer, wurscht ob das ein Kind erwachsen ist, dass ich uns eigentlich zuhöre dabei. Wie meinst du jetzt zuhören? Naja, es entsteht ein ganz eigenes Bild im Kopf. Es ist nicht das. Dadurch, dass ich so quasi den Charakter sprich und nicht ich bin, das ist bei dir anders glaube ich, sitze ich zwar da und plappere, aber auch der Situation auch zu. Und ich glaube, das ist das Um und Auf in dem ganzen Ding, dass man dem anderen zuhört. Unbedingt, ganz ganz wichtig. Ich rede dann auch eher mit ihm als mit dem Stefan. Also ich blend den Stefan auch komplett aus. Schaust du auch nur ihn an? Nein, weil er ja nie mit ist, aber im geistigen Bild ja. Wir sitzen wohl meistens schon irgendwie nebeneinander, damit man schon mitkriegt, wenn da andere reden will oder man hört es. Natürlich auch, wenn man glaubt zu hören, wenn man aufhört zum Reden. Und das funktioniert eigentlich oft sehr gut. Das muss nicht ins Wort fallen, manchmal schon. Gut, ihr seid schon sehr eingespielt miteinander. Und die zweite Geschichte ist auch noch interessant, sowohl beim Puppentheater, als auch wenn wir unsere Shows live machen, habe ich keinen Blickkontakt mit dem Publikum. Also Robert, logisch weiß ich schon, aber ich sehe das Publikum nicht. Das heißt, die Reaktionen vom Publikum passiert auf einer rein akustischen Ebene. Also zum einen, dass man weiß, ob der Witz jetzt gerade angekommen ist oder nicht, hört man dann, ob es läuft. Kommt da oft ein Saal auch drauf an, wie groß er ist, wie die Akustik dort ist. Nein, wir sind schon clever und legen immer eine Monitorbox hin, damit er sozusagen wirklich die Reaktionen hört. Weil ich höre nur auf Amor. Weil das ist ja schon wichtig. Auch wenn Kinder was rausrufen oder so muss, ist ja der Stefan hören, damit der Rolf Rüdiger reagieren kann. Deswegen kriegt er meistens eigene Boxen, damit er das wirklich gut versteht oder hört. Auch beim Kasper, du bist sehr spontan, was das betrifft. Also du hast... Ja, aber wie gesagt, das ist die gleiche Ebene. Man hört interessanterweise sofort, ob das Publikum aussteigt. Weil das ist der Unterschied jetzt beim Kinderpublikum, wenn Erwachsene sich langweilen, wenn ein Stück öd ist, dann schlafen sie im Idealfall ein. Oder man hört dann gar nichts mehr vor allem. Bei Kindern hört man sofort, wenn die aussteigen. Wenn es zu viel Text ist, was hörst du dann? Zum Plappern anfangen oder gemurmelt alles, wenn man sagt, so die Konzentration ist erst weg. Was machst du dann? Auf den Punkt kommen. Also das ist dann, da gibt es Zeichen unter den Spielenden. Also das Zeichen von mir ist dann dieses. Schneller. Was hast du quasi, komm am Punkt. Also wenn eine Figur irgendwas daherlabert, das zu lange braucht. Der Professor Kraus hat vor 35 Jahren gesagt, drei Sätze und da muss ein Punkt sein. Die ordentlich sind nicht zu. Und er hat recht gehabt, witzigerweise. Also wahrscheinlich mittlerweile noch mal zwei Sätze sind. Also ihr habt Fans weit über Österreich oder Wien hinaus. Es ist Radio Wien, aber man kann euch ja über die App sowieso oder Internet generell weit hören. Also ihr kriegt ja da Post. Manchmal echt überrascht, wo die uns alle hören. Kanada, Australien. Wir haben einen wirklich treuen Hörer, der hört jeden Sonntag aus Australien und schickt dann immer den Wetterbericht oder irgendwelche Kommentare. Also ich finde das großartig, wie wir da weltumspannend die Österreicher verbinden. Ja und das Tier im Radio, das nicht aufgeht, was man da halt wieder merkt. Ja und vielen Dank im Übrigen auch für die schönen Geschenke. Großteil ist ja was, was man essen kann. Sehr praktisch. Lass ihn einmal sprechen, ich würde gerne, was verändert sich da bei dir, wenn du die Puppe… Das geht relativ rasch. Das ist wie Ralf, man muss ihn da draufsetzen und dann geht schon da hin. Der wievielte Rolf Rüdiger ist das eigentlich jetzt? Ich bin Nummer drei. Nummer drei, gut. Nummer eins war nicht so gebaut für eine lange Zeit. Der hat sich zerlegt von allein. Nummer zwei ist aus dem Studio gefladert worden. Weg war er. Gestohlen. Ja gestohlen, ja. Und Nummer drei, ich bin schon ein paar Mal geflickt worden, ein bisschen renoviert worden. Manchmal komme ich in die Waschmaschine. Handwäsche. Wirklich? Ja, ja. Okay. Dann werde ich verkehrt um mich auf einen Wäscheständer gehangen und tropfe an der Nase ab. Du, und das Flinserl hat er auch schon immer gehabt? Ja. Mhm. Das war damals wahnsinnig modern. Nein, was war es eigentlich? Provokativ. Jetzt prägt der Rolf Rüdiger auch ein bisschen die Sprache. Wir haben es eh zu Beginn gehört, auf die Plätzchen fertig los, das gehört zu euch. Auch dieses Hallöchen. Hallö, Hallö. Hallö, Hallö. Für Österreich. Hallö, Hallö. Es gibt eigene Wörter, die ihr, sprecht euch da ab oder passiert das einmal, rutscht das raus und dann bleibt es einfach. Ja. Das Letzte. Es ist nichts abgesprochen bei euch, gell? Nein. Manche Sachen nutzen sich dann aber auch ab nach einer gewissen Zeit und wir hatten auch in den 20 Jahren, wo wir jetzt eine Sendung machen, immer wieder Figuren, die vorkamen, die wir grüßen haben lassen, also irgendwelche Berühmtheiten, die wir kennengelernt gehabt haben, sehr gern gehabt haben. Bundespräsidenten war doch auch mal da. Genau, aber der freut sich nicht zum Freundeskreis, das wäre übertrieben. Aber, weißt du nicht, wir haben eine Zeit lang die Elfriede Ott immer wieder grüßen lassen, die ich als Schauspielerin, als Inkone wirklich verehrt habe. Oder die Heli Reschel aus dem Seniorenglub, die wir auch kamen, die uns auch immer gehört hat und wir spielen ja die Oldtimer-Runde mit dem Seniorenglub Bett und das waren so Verbindungen, die waren sehr schön. Stimmt, das war die Musik. Und wir haben sie jeden Sonntag grüßen lassen, sie hat sich nach der Sendung jedes Mal mit einer SMS und mit einer Sprachnachricht bedankt. Ist das herzlich. Oder mein Nachbar war der Erich Schleyer, der Schauspieler, der ist leider auch schon gestorben und der hat auch jede Sendung von die zwei um zwei sich angehört und war ein Mega-Fan und hat immer dann Witze aus der Süddeutschen ausgeschnitten und mir für den Schlusswitz geschickt oder so. Richtig. Also das war schon, das waren schon tolle Sachen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube, was die Sendung anbelangt, ich glaube schon, dass wir das ganz charmant machen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ein Großteil des Erfolgs der Sendung die Kinder sind. Weil, wie soll ich das sagen, ich glaube, dass viele Kinder heutzutage wahrgenommen werden, wenn sie gerade nerven, beim Einkaufen oder was weiß ich was, wenn sie irgendwas haben wollen und sie kriegen es nicht, wenn sie laut sagen, dann werden sie als störend oder was weiß ich was wahrgenommen und bei der Sendung werden sie als Idealkind wahrgenommen. Also auch rufen Kinder an, die eine Frage haben, die meistens mit einem Thema zu tun haben, das sie interessiert. Das heißt, sie können darüber reden, weil das Interesse da ist und haben auch die Scheu scheinbar auch nicht. Natürlich gibt es auch manchmal Kinder, die ein bisschen zurückhaltender sind, aber eben nur aus jedem was rausgekitzelt. Bestimmt. Und das ist einfach schon witzig. Ich glaube, das ist sowieso unsere stärkende Gespräche mit den Kindern und wenn die Kinder drauf loslegen und uns was erklären, dann wird es wirklich nett und interessant und oft auch lustig. Weil dann zeigt das Kind, ich bin der Experte und ihr zwar seid der Teppich. Ich kann einem Erwachsenen was erzählen und was erklären. Und oft ist es ja so, dass ihr auch verliert. Ja, definitiv. Obwohl du sehr ehrgeizig bist. Ja sicher. Also in drei Minuten, um man zu reden. Ich bin weniger ehrgeizig. Ja ich weiß, aber der Robert ist sehr ehrgeizig und die Antwort auch zu finden. Ja, wobei man dazu sagen muss, es ist halt auch so, wenn man die Sendung jetzt bald 20 Jahre macht, es kommen viele Fragen immer und immer wieder. Also, so viele Dubletten gibt es. Dubletten ohne Ende und natürlich weiß ich jetzt schon viel einfach aus, was ich überlege. Also vielleicht. Was? Schreiben wir ein Buch mit den besten Fragen aus. Wow, weil das sind eigentlich, ich glaube so an die 100, die immer wieder kommen. Klassiker. Also ihr macht so viel tausend Sasser, also von Bühnenshows, Podcasts, alles. Buch habt ihr noch keines rausgebracht? Doch, beide. Also. Was hast du denn Buch rausgebracht? Ich habe ein Bastelbuch rausgebracht mit Bastel-Tipps. Sachen machen heißt das. Und über den Rolf Rüdiger gibt es auch schon ein Buch. Ja, von Peter Tichacek. Genau. Genau. Da war es ja auch bei der Buchwien und so. Zieht es auch manchmal über Persönlichkeiten noch her? Ist das noch? Nur über starke. Was heißt nur über starke? Also nicht beleidigen? Die in der, wie soll ich sagen, in der Gesellschaft als starke Persönlichkeit wahrgenommen werden. Danke. Wer zum Beispiel? Jeder der größt ist als Rolf Rüdiger und das ist erst einmal. Das ist ja keine Kunst. Nein, und jeder der schwächer war, das wäre unsympathisch irgendwie. Weiß nicht, Barbara Karlich ist eine Persönlichkeit. Ob er nicht ausgemacht ist mit ihr. Also sie hat den Sanktus gegeben. Die liebt es, wenn sie vorkommt, die hört auch sehr auf. Ja ja, die saß auch schon hier. Wobei er auch sagt, in der Figur des Rolf Rüdigers wird Barbara Karlich als Idealfrau wahrgenommen. Er gibt ja nicht auf, sich permanent in sehr frauliche Frauen zu verlieben. Sehr gut. Das ist eine gute Wahl. Ihr kennt euch privat und das ist alles easy. Easy cheesy. Ja ja ja. Wir haben ähnliche Hobbys. Was ich noch wissen wollte. Es geht schon wieder los. Du hast vorher noch Erfahrungen mit schwerhörigen Menschen. Ja, also ich kann mich erinnern an meine Oma, die in ihren letzten Jahren natürlich auch ein Hörgerät hatte. Und das war ganz interessant, wie sie das eingesetzt hat. Ich vermute ja, dass sie durch das Hörgerät alles sehr sehr gut gehört hat. Aber manchmal hat sie einfach so getan, als würde sie nichts hören. Also wenn du irgendwas wolltest und sie wolltest nicht, dann hat sie es nicht gehört. Ja, aber ist das nicht immer so? Ja, das geht auch ohne Hörgerät. Das geht auch ohne. Ja, das ist wirklich interessant. Ja. Und da hat sie aber dann ausgelebt darauf. Achso, nein, Entschuldigung, ich habe das nicht gehört. Ja. Ist so. Also meine Kinder hören auch nichts. Kann ich oft sagen. Du meinst bei Kindern ist das auch schon so? Okay. Gang und gäbe, ja. Er wäscht sich ja nicht gerne, der Rolf Rüdiger. Ist ja auch ein bisschen so. Also sehr green. Sehr green ist er. Ja. Also dass der Wasserverbrauch nicht zu hoch ist. Okay. Weil die Ohrgesundheit natürlich auch ein bisschen da mitspielt. Also wenn man öfters waschen würde, Ohren putzen und so weiter. Ja, aber da haben wir sagen, das sind mit Wattestäbchen ganz schlecht. Nein, sollen wir eh nicht. Ja, ja, ja. War auch, wie ich jung war, einmal beim Ohrenarzt. Und ich habe wirklich, muss ehrlich sagen, ich bin sehr selten leider beim Ohrenarzt. Das kommt was Grausliches. Nein, aber der hat mir damals gesagt, also das war wirklich ein super Tipp und das habe mir witzigerweise gemerkt. Gib uns den weiter. Der hat gesagt, Wattestäbchen sind für Elefanten ab drei Tonnen. Also der hat gemeint, ja nicht mit Wattestäbchen und durch diesen Vergleich, die sind für Elefanten ab drei Tonnen. Ja, weil die so riesen Ohren haben, da kannst du schon mit einem Wattestäbchen reinfahren. In dieses kleine bitte nicht. Ja, ich habe mir von einer Hals-Nasen-Ohrenärztin sagen lassen, man darf nur so weit rein, wie man mit dem Ellbogen reinkommt. Also gar nicht. Ja. Und im Idealfall soll man das Ohrenschmalt sehen, was zwar grauslich ist, aber es sollte gesund sein. Geht ihr zum HNO-Arzt einmal im Jahr, wenn man das ab und sich tun sollte? Wir gehen auch zum Frauenarzt. Wir machen das alles durch immer. Alles durch. Sehr gut. Wunderbar. Ich gebe zu, ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber es läuft bei dir gut? Ja, also ich glaube, ich bin so der Typische, der wirklich nur hingeht, wenn es ein Problem gibt. Und das ist leider wahrscheinlich ein Fehler. Es ist eine sehr männliche Haltung. Ja, leider. Heuer ist das Sportjahr. Wir haben das zum Sportjahr gemacht. Medell macht heuer ein bisschen ein Sportjahr. Wie entspannt ihr? Macht ihr Sport? Bei dir weiß ich, du tust Skifahren zumindest. Das ist das Einzige, was du machst, gell? Ich wollte gerade loslachen. Ja, eben. Aber Skifahren weiß ich. Skifahren schon. Ja, da ist immer das Spannende, ob ich dann einigermaßen überlebe. Ob er wieder hochkommt mit einem Unfall. Nein, die Frage stellt sich schon niemand. Ob es dann noch geht. Ja, aber heuer ist es gut gegangen. Du weißt ja, Skifahren. Ja, es hat mich schon zweimal aufgepackt. Und das hat aber wirklich zuvor gedacht, dass dann noch alles weg wird. Obwohl ich weich fahre. War eine Eisplatte. Naja, das ist meistens der Grund dafür. Willst du Skifahren oder Snowboarden? Skifahren. Sehr gut. Und es gab zwei Gründe dafür. Beim einen waren die Schuhe nicht gescheit zugemacht. Also wo die dann halt irgendwas machen und zack, schon liegt man. Und das zweite war, ich habe meine Skibrille aufgesetzt gehabt. Und das ist so eine dicke Skibrille. Das interessiert niemand, was nichts mit hören stellt. Damit ich meine Brille unter der Skibrille tragen kann. Was aber zur Folge hat, dass das Ding so weit ist. Und man sieht zwar vorn alles, aber man sieht unten nichts. Man sieht die Skispitzen nicht und das ist auch fatal. Aber ich kann das nicht mehr runterschauen. Ich kann schon runterschauen. Mit dir möchte ich mal Skifahren. Ja, das war der zweite, der mich aufbracht hat. Was machst du Sportlich, Robert? Ich bin wirklich Kunstlauf. Nein, das war jetzt gelogen. Ich bin begeisterter Radfahrer. Also ich versuche in Wien alles mit dem Rad zu fahren, wenn ich städtisch unterwegs bin. Ja, Muskelkraft oder mit E-Bike? Nein, Muskelkraft. E-Bike habe ich nur in meiner zweiten Heimat in Oberösterreich, weil das ist wirklich bergig. Also da brauche ich ein E-Bike. In der Stadt geht es sogar mit einem, ich glaube es heißt Warm-Bike, also wo du gar keine Schaltung hast. Das ist nie. Ah, ok. Und der Rolf Friedrich? Bei mir wird es demnächst ein Elektrorollstuhl. Weil ich habe keine Füße. Sport ist nicht das Eins. Ist nicht das Eins, ja. Aber Krängschnitten sind es nach wie vor. Auch ein Sport eigentlich. Krängschnitten? Ja, naja. Er hat sich einschreiben lassen jetzt. Ja. Bei der AIDA. Danke für den Lacher. Habt ihr neue Projekte? Ok, wir feiern heuer 30 Jahre. Wolf Rüdiger. Ja. Gibt es irgendwelche Projekte? Danke für den Hinweis eigentlich. Ja, danke. Ja, 1994. Wie meinst du es? Gibt es Projekte? Ohja, es gibt es. Es gibt Projekte. Aber jetzt direkt wegen Radiofeierlichkeiten. Ja, 100 Jahre wird sicher ein Thema. Eine Abendshow gibt es, hab ich gehört. Genau. Im Planung. Aber wir sind noch voll in der Planung. Wir sind noch voll in der Planung. Wir sind die letzten, die davon erfuhren. Ok. Und das bin ich. Sonst noch irgendwas? Ja, ich habe gerade eine neue Online-Show sozusagen mit Kindern, wo ich auch talke. Yeah. Auf kids.of.at, dem neuen Kids-Kanal. Der ist super. Da hat sich jetzt viel verändert. Da hat sich viel verändert. Aber da wird sich auch noch viel verändern. Umreiß mal für alle, die noch nicht reingeschaut haben, was es da alles gibt. Naja, es ist noch nicht ganz fertig, muss man ehrlich sagen, weil es ein bisschen dauert. Die TVT wird gerade umgebaut und soll ab April on.of.at werden. Eine adäquate Streaming-Plattform, wo wirklich alle die Folgen, die sie sehen wollen, auf längere Zeit sehen. Nicht nur mehr auf sieben Tage. Das ist ja die größte Änderung, sondern auf viel länger. Und da wird es auch eine eigene oder eine wirklich tolle Kinderabteilung geben. Jetzt gibt es das auch schon unter kids.of.at, ist aber eigentlich nur eine Unterseite von der TVT. Und ja, auch eigenes Kinderprogramm mit Kinder-Content, lang abrufbar und immer wieder sozusagen zu jeder Zeit anschaubar. Das ist gut. Ich fände es lustig, wenn der ganze alte Krempel von damals wieder zum Sehen wäre. Du meinst Kasperlfolgen? Das Archiv. Das Archiv. Familie Betz. Also alles die ganzen 70er-Jahr-Geschichten. Könnte ich mir gut vorstellen. Dass das wieder geht. Dass das, weil gerade dieser Retro-Things da ist, dass das gut gehen würde. Ich wollte gerade sagen, massierst du es? Was ist das? Ja, das ist so ein Bommel, da kann man schon arbeiten. Hast du so eine Nase in Ruhe. Wünsche fürs heurige Jahr? Gesundheit, das ist das Wichtigste. Das ist natürlich ernst gemeint und nicht was, worüber man sich lustig macht. Ja, was soll man uns wünschen? Also ich bin ja wunschlos glücklich. Ich bin recht zufrieden. Sehr gut. Du? Also Glück ist zu bleiben. Ich bin auch zufrieden. Also es läuft eigentlich ganz gut. Ich wünsche mir, dass die Jubiläen, die wir feiern, schöne große Feste werden. Weil das Feste kann man immer feiern. Das ist toll. Ja. Mit viel Essen und Trinken und dann seid du der Präger. Ja, da war ich ein Fest dazu, das geht so auch. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Bitteschön. Alle Fragen beantwortet zum Thema Hören. Vielen Dank. Danke Rolf Rüdiger. Bitte gern. Ich schick die Rechnung. Genau, macht das. Also wenn Ihnen der Talk gefallen hat und Sie das Thema Hören interessiert, wir haben noch weitere Talks online überall, wo es eben die Podcasts abzurufen sind oder auf YouTube. Da sieht man uns dann auch. Danke vielmals euch. Wir freuen uns auf das nächste Mal bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Wiederhören. Dankeschön. Baba. Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt? Ja. Was denn? Ein fester Schars. Ein Pupsi sagt man da. Ich finde Winde sehr lustig. Winde? Winde, ja. Es gibt nichts Lustigeres als Blähungen. Da muss ich ihm Recht geben. Da lachen wir dann meistens beide. Ja, du weniger. Naja, oh ja. Welches ist Ihr Lieblingsgeräusch? Da habe ich eins. Ich habe einen Teekocher in der Früh. Den schalte ich jeden Morgen ein und der hat so ein schönes Ping. Das bringt mir immer ein Schmunzeln. Ping? Die Maschine mit dem Ping. Ja, ich liebe es. Die meisten pfeifen. Ja, Gott sei Dank meiner nicht. Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher? Ja. Wer nicht hören will? Muss fühlen. Ja. Entschuldigung, das war jetzt typisch. Der eine sagt was und der andere spricht. Fertig. Ja, danke. Schluss hätte ich schon immer gewusst. Nicht ernst nehmen. Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen? Ja, definitiv. Beim Heiraten wäre es blöd. Warum? Weil da immer die Frage ist, wollen Sie, laber, laber, labert, wenn man das nicht hört? Weiß man ja nicht, wann man ja sagen soll. Aber wir sind nicht verheiratet. Ja. Wir sind beide nicht verheiratet. Na definitiv. Also ich glaube, das ist gar keine Frage, oder? Hören ist für uns beide sehr wichtig. Sonst wären wir lieber im Radio. Hören ist für jeden wichtig. Ja. Stimmt.